Hallo, mein Name ist Vanessa. Ich studiere Physiotherapie an der Fachhochschule in St. Pölten. Kurz zum Studium selbst. Also es ist ein Vollzeitstudium, heißt, wir sind jeden Tag in der Woche an der Fachhochschule und haben dort Vorlesungen. Zum Zeitaufwand kommt noch neben den Vorlesungen das Lernen und Vor- und Nachbereiten der Vorlesungen. Das bringt mich auch zu einer häufig gestellten Frage, nämlich ob man neben dem Studium arbeiten kann. Das ist an sich schon möglich, aber wenn, dann eher nur geringfügig, weil besonders auch in den Prüfungsphasen nochmal ein Extraaufwand dazukommt und es dann schon ganz schön stressig wird mit dem anderen Lernen. Was ich an dem Studium so toll finde, ist, dass es sehr praxisorientiert ist. Heißt, es ist nicht nur Frontalunterricht und es ist eine sehr schöne Mischung zwischen theoretischen Einheiten und praktischen Einheiten. Noch dazu kommen die Praktika, die wir absolvieren dürfen, dass wir in die verschiedenen Fachbereiche der Physiotherapie hineinschauen können. In den Praktika können wir unser Wissen dann aus den Semestern umsetzen und können auch einen Einblick bekommen in den Alltag eines Physios, in zum Beispiel Krankenhäusern oder Reha-Kliniken. Als Student Ambassador vom Studiengang Physiotherapie bin ich jederzeit für eure Fragen bezüglich dem Studiengang an sich oder allgemein zur Fachhochschule verfügbar. Meine Kontaktdaten dafür sind auf der Website zu finden. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und freue mich von dir zu hören. Tschüss! 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 Vielen Dank.